wegschmeißen oder so. Ich glaube nicht, dass es geht. Also ich habe keine Möglichkeit gefunden. Oh, das sieht ja schon krass aus hier. Die Leichenhalle in der U-Bahn und die haben tatsächlich gerade versucht, die Leichen zu verbrennen, ja? Na gut, das ist ja eigentlich eine ganz schlaue Sache. An sich schon, ja. Ne, damit der Virus nicht um sich greift? Halt bloß das Problem, dass sie nicht nur Leichen verbrennen. Ja, okay. Das sieht ja krass aus hier. So. Oh, gut. Krass gut. Ich sehe nichts. Dann können wir auch weiter. Ach so, wir sind jetzt. das ist also das feuer sieht schon nicht klasse aus wenn überhaupt ich habe jetzt so oft schon gesagt während des streams gestern und heute das spiel sieht schon toll aus wirklich toll bloß die wegführung ist noch ein bisschen besserungswürdig ich finde ehrlich gesagt gut ich habe schon hier und da auch ein paar fälle gehabt also stimmt natürlich schon dass man manchmal trotz gps nicht wirklich weiß wo man hin soll weil man wenn man nicht weiß aber nach oben oder unten muss aber an sich finde ich die gut wenn ich ehrlich bin ja ja ich habe mir schon öfter kürzere wege gefunden als was mir das gps zeigen wollte das stimmt alles von der särge heftig das stimmt das gps zeigt hier tatsächlich hier nicht immer den kürzesten weg sondern auf den den sichersten weg rechts nehmen die eine das habe ich mich zu sehr erschrocken hier geht die granate ins leere alles gut alles gut ich habe nur die granate verschwendet aber egal und immer schön zielen und dann hatte ja schmeißig los weg auch hier das war das lustige teil ja dann gar nicht so wenig da ist doch eine granate produziert also ja 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 Ein paar mehr Hacks wie das, oder Business. Also, das Schuss, das war ihr, oder? Ja, das waren wir. Oh ja, das ist so. Das, was jemand gehört hat, glaube ich allerdings auch. Aber zwar definitiv. Da bin ich das letzte Mal richtig schwer durchgekommen, aber da habe ich die Messie auch schwer gespielt. Und alleine wahrscheinlich, oder? Nee, nee, in der Dreiergruppe, aber mit Franzosen. Achso, die war das, ja. Das war gestern ja dann. Genau. Ja. 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 Ja, okay. Dann macht das natürlich Sinn, dass man das weiß. Dann hätten sie sich mit mir auf Englisch unterhalten, hätte man sich vielleicht auch mal absprechen können. Ja. Aber so war es leider nur ein sehr einseitiges Gespräch. Ja. Ja, ist ja blöd. Ja. Ja. Da kommen die Nächsten. Ja. Ja genau. Ja. Ja, nein ne. Quasi. Ja. Ja. Ja… Na gut. Da oben ist noch einer. Genau der. Und doch noch mehr. Und tschüss. Alles sieht super aus. Normalerweise sind wir ja kein Freund von Shotguns. Definitiv nicht. Aber hier ist es okay. So, Emo als Sidearm, wenn die nah dran sind. Perfekt. Hm, von wo? Ach, von da. Das ist so hart. Ja, habe ich am Anfang auch gedacht. Bis ich dann irgendwann siehst in meinem Video, was die machen. Vorgehend seitdem habe ich keine Beamten mit denen. Ja, okay. Das ist was anderes. Klar. Ich meine, da haben wir ja gerade auch gesehen. Spinnst du? Ich habe euch hier nicht erwartet. Bitte einmal die Waffe wechseln. Danke. Das war jetzt ein wenig blöd. Aber es ist klar, das passiert dann eben, wenn ihr zu schnell vorrennt. Oh, Kiste. Zack, hinrennen. Zack, Schaden kriegen. Hey, da. Häng mal einen Moment. Das wird jetzt richtig schön. Testung, testung. Jesus, das Ding ist laut. Okay, komm jetzt in die Kontrollrollen. Ich will dir nur eine Kopfschmerzen geben. Es wird wirklich schmerzen, wirklich schnell. Okay. Das ist in Ordnung. Wenn man sich darauf einstellen kann. Bis auf das Licht bei uns, na super. Anyway, top of the line with the generators. I guess Sandy taught someone their procurement lessons. Because these suckers can stand up to anything. They're a bitch to retool and maybe we're lucky. Und los geht die Party. Und los geht die Party. Eigentlich ja. Aber scheinbar gibt es da Unmengen von. Gibt es irgendwo ein Nest? Mit dem Fass zusammen. Ja. Ja, ich glaube schon, dass da noch mehr kommen. Noch mehr als mehr. Was war denn das? Das war von ihm die Kugel. Ah. Hatte ich noch nicht gesehen bis jetzt. Und eine Elite dabei. Zwei sogar. Es sind sogar zwei. Nur noch einer. Ja, glaubst du es? Was? Schmeißt du mir die Granate hin? Oh, da oben ist noch einer. Sag mir. Das ist eher eure Leute in der Elavator. Tja, von wegen das war's. Bist du es? Oh, das ist eine Verkaufung. Benchling, mein Boss. Ich muss nicht glauben, dass ich ihn zur Explosion drehen kann, nein. Was macht er denn da? Noch ne. Achso. Nein, ich werde da jetzt nicht hier festsitzen, nein, ich dachte schon. Okay. 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 Okay.